Was erlaubt Merkel? Wolle! Volle Regierer, aber was bisher hat, regierte Merkel! Nichts niente! Bevor Merkel wolle, regiere Deutschland! Schaue erstmal über in Phantasialand! Moment, ich habe ein schlussiges Regierungsprogramm und ich werde die Besten der Besten in mein Kabinett rufen. Ja, rufst du die... rufst du die Beste von die... Beste, aber komme doch am Ende nur die Spakus. Von Union, Außenminister Stoiber, Außenminister aus Bayern, mal was vom Kulo! Wenn wer macht erste Auslandsreise? Fährt er nach Berlin? Und was ist Programm von Union her? Einen Tag, sagt der Koch, wollen die Steuer erhöhen? Nächsten Tag, sagt der Westerwelle, will die Steuer senken! Äh, Koch und Westerwelle, solche Typen kriegen bei uns in Italien Beton an die Füsche und landen in Haferbecken! Was wolle Merkel? Will bei Kriege, will bei Kriege mitmachen! Reiche entlasten und ist in korrupte Partei! Wenn Deutsche das wolle, brauche nix Merkel! Kann Berlusconi kommen und ganze Puffchen noch mitregieren! Moment, Deutschland braucht den Wechsel! Die Regierung Schröder ist ja wohl am Ende! Gut, Schröder regierte, nur noch wie eine Flasche leer, aber wenn eine Flasche leer, da braucht man eine neue Flasche, eine und nix ganze Flaschenzug! Wenn Stürmer nix, nix mehr läuft, dann wechsle ich neue Stürmer ein und nix die Spielerfrau, verstehst du? Sie sind doch nicht mehr ganz albente, Herr Seierpoli! Was?